so hallo herzlich willkommen zum kleinen ankündigungs video und zwar geht es um den 100 prisma case opening stream am montag den 15 4 wir beginnen um circa 19 uhr ich werde dann bei meinem bruder sein wir werden halt eben dann zu zweit vom pc sitzen werden des weiteren versuchen von crusher und von chigo eine facecam in den stream zu bekommen ich hoffe das funktioniert wenn ihr ideen habt wie das gut funktioniert schreibt gerne in die kommentare ich habe alle meine skins verkauft ich hatte mega bock einfach mal wieder auf richtig einfach nur kisten öffnen und ich meine jeder kennt es so okay keine ahnung 100 kisten was kommt da wirklich raus was kriegt man ist es worth it ist es nicht worth it also ich habe alle meine play skins dafür verkauft und ich glaube nicht dass es eine gute idee war ich habe aber bock drauf und wer weiß vielleicht lacken wir rein oder wir haben halt eben nur blau wird generell denke ich eine witzige sache für euch wird es auf jeden fall noch mal spannend hier dieses nette schöne messer ja ist halt ein messer werden wir raushauen auf jeden fall und zwar wird es so laufen werden jede fünfte case ich weiß nicht genau wie wir das dann managen werden wir könnt ihr quasi tippen welches item direkt kommt oder welchen zustand die die nächste skin hat also sagt okay wir öffnen jetzt ein case und ihr sagt okay es wird minimal wear oder es wird ein spezifischer skin aus der kiste wenn ihr den skin erratet kriegt ihr halt eben drei punkte weil es denke ich mal schwieriger ist und wenn ihr die condition erfahrt kriegt ihr ein punkt weil es halt im prinzip bei jedem skin die condition erraten könnt und das wird dann ja um 20 mal passieren und dann werden die punkte zusammengerechnet was jeder hat und der gewinner kriegt eben dieses knife ganz einfach ist eigentlich eine coole sache dass sie auch noch ein bisschen spannung und spaß dabei habt es wird auf jeden fall witziger stream 100 prisma case ich bin gespannt ob wir rein lacken ob wir mal knife ziehen vielleicht 29 keine ahnung ich glaube es ist definitiv zu viel erwartet aber so die hoffnung ist ja immer da und ja ich hoffe ja bock drauf gibt auf jeden fall einen kommentaren die kommentare gebt auf jeden fall daumen hoch das ganze doch vom tisch kanal passieren könnt ihr auch gerne schon reinfollowen auf twitch tv hang im auld live ich hoffe es wird gut freue mich auf euch und ja vielen dank fürs einschalten